Wenn du eine neue und junge Führungsgraf bist und dich weiterentwickeln möchtest, bist du bei uns genau richtig. Schau dir diesen Clip an und sag uns, was du dazu denkst. Was aber, glaube ich, uns immer wichtig ist, ist einfach dieses Mindset zu haben, dass ja, auch darüber kann ich mehr nachdenken. Auf darauf kann ich achten, was denn da passiert in dieser Chat-Kommunikation. Und da hast du jetzt den Prozess ja sehr gut beschrieben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt dann sofort mir überlege, war diese Chat-Nachricht überhaupt notwendig, sondern dass man nach einer gewissen Zeit mal vielleicht sich überlegt, okay, wie funktioniert jetzt dann unser Chat-Programm in unserer Zielerreichung vielleicht in dem Quartal. Dann fahre ich vielleicht in One-on-One-Gespräche meine Teammitglieder, wie sie quasi meine Auftraglichkeit quasi wahrnehmen, wie du es jetzt sehr gut gesagt hast. Ja, wenn irgendwie der Chef eine Chat-Nachricht schreibt, dann werden vielleicht Alarmglocken läuten bei manchen Teammitgliedern. Was man ja auch nicht möchte, sondern man möchte ja, dass die quasi dann konzentriert arbeiten und nicht sofort rausgerissen werden oder nicht vielleicht diesen sofort emotional irgendwie vom Stress gepackt werden, nur weil sie sehen, dass der Chef irgendwas geschrieben hat. Auch wenn vielleicht drinsteht, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Tag heute. Aber das hat beim anderen quasi schon nicht so gewirkt, weil einfach immer sieht, oh, der Chef schreibt. Also quasi diese Prozesse dann irgendwie zu durchblicken und auf individueller Ebene mit den Teammitgliedern zu besprechen. Und das reicht aber natürlich einfach in unregelmäßigen Abschnitten zu machen. Also es muss nicht unbedingt Teil jeden Tages sein, würde ich sagen. Also es muss nicht unbedingt Teil jeden Tages sein, würde ich sagen.